So, Lümmelhorst Cam on Stage, dritte und letzte A-Finale 17-5, Opel Racing Team am 3. Oktober 2017, Pfannrennen, wollen wir mal durch die Reihe filmen, das sehen wir noch nicht. Zeitname der Jan Vogler, weil der Lümmelhorst jetzt fährt. Ja, läuft bei dir, der Diekmann zündet sich erstmal ein Joind an. Ist so ein bisschen gemütlich, die Atmosphäre jetzt. Moin. Ich weiß gar nicht, muss aber auf den Insel gucken, hier läuft. Kommt ihr nächstes Jahr wieder? Ja, klar. Fahrer aufgrund der Temperatur, startet in der nächsten 10. Oktober. Dann, fielen wir hier in der Kontrolle, wenn wir hier auf dem Alltagen liben. Ja, ich weiß nicht, wir war das Maus, wir sind wieder auf dem Alltagen, warte auf den Alltagen. Warte auf dem Alltagen. Jetzt flieb Kürbchen nach der Altagen. Ja, wir sind da Altagen, so warte auf die Naustagen. Was ist das? Das ist die Handvolle, die der Lerner, Marco, eure Hand, Stefan Schumacher aus dem Ort. Das ist die Handvolle, die漩せ Hüter ab x4d und fern des Schumacher aus dem Ort. Ja. Oh, Vorsicht auf der Geraden, oh Schrott, mein Auto ist kaputt, muss der Führer, da So, dann haben wir einen neuen Türbel, Stefan Sobergang, dahinter Heissi, dann kommt Robert, Markus, Markus, Stefan. So, dann kommt man, was alles, was Sie von der Geraden können, Karten, was Sie, woe ich? So, dann kommen Sie noch mal nach, dass Sie um, wo beendet. So, dann kommen Sie in der Mitte. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Eieieiei Ein Nilnya 241 D Rim 3 2 3 3 3 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und die fahrende Mauer hat sie da komplett dominiert. So, ein sehr schönes Rennen. Die fahrende Mauer, der Stefan Tomaker, diese Persönlichkeit hier, hat mal wieder den ersten hier reingefahren. Sehr schön. Ja, das ist die ganze Bagage hier, die da zuständig war für das A-Finale. Meine Wenigkeit hat ihr den da unten abgelegt. Dafür habe ich ein schönes Rennen mitgefilmt. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Bis zum nächsten Mal. Schönen Gruß, ART Wagenfeld.